...werden nächstes Jahr nach Hannover verlegt. Es ist Mittwoch, der 24. März 2021. Hier... Hey! Machst du mir einen Doppelten? Klar. Und? Wie läuft's? Mann, ey, in der Stadt ist die Hölle los. Die mussten ja unbedingt auch noch die Berlinale nach Hannover holen. Ich fahr den ganzen Tag hin und her. Expo Plaza, Flughafen, Expo Plaza, Flughafen. Apropos Film. Der neue Bond kommt aus Hannover. Den kennst du wahrscheinlich sogar, der ist öfter hier. Und jetzt gibt's den Espresso bei dir nur geschüttelt und nicht gerührt. Oh. Das Neueste weißt du ja noch gar nicht. Kam gerade im Radio. Und zwar, die legen die Buchmessen aus Frankfurt und Leipzig zusammen. Und jetzt rat mal, wohin. Nach. Genau. Das gibt's doch nicht. Ich wiederhole. Weißt du noch? Mit denen fing das doch alles an. Seit die diesen Verein gegründet haben. Diesen Verein. Diesen Verein. Diesen Verein. Diesen Verein. 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 Ein Wagen zum Schachverein in Döhren. Ich wiederhole. Zum Schachverein in... Von Schachverein. Das ist dran. thếen Verein. Bis zum Schachverein. Von Schachverein. Under. Au. Der war. Die. Von Schachverein. Döhren. Joach.